Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Volker Schneider von VSCOS Photography und ich haben mal wieder ein Shooting-Event veranstaltet. Diesmal waren wir zur Gast bei der Heike Hartmann in Offenbach. Die haben uns eingeladen und auch gleichzeitig die Shooting-Location zur Verfügung gestellt. Es handelt sich hierbei um ein Parkhaus bzw. um ein Parkdeck. Auf den ersten Blick sehr unscheinbar, aber dennoch eine wirklich coole Location. Das Wetter hat genialst mitgespielt. Wir haben super Bildergebnisse bekommen. Es waren wieder viele Fotografen, Models und auch Visagisten aus dem Main-Kinz-Kreis anwesend. Eigentlich war auch geplant, das ein oder andere Interview zu führen, euch die Location mal zu zeigen mit einem kleinen Videofilm. Doch wie es halt manchmal so ist, steckt der Teufel im Detail, genauer gesagt in der Tontechnik. Von daher haben wir noch ein Interview für euch. Aber wir gucken mal, dass wir das bei dem nächsten Event nachholen, weil wir möchten euch so den einen oder anderen Künstler doch mal vorstellen, zeigen wie ihr arbeitet und euch auch einen Blick hinter die Kulissen bieten. Aber in diesem Video wird es hauptsächlich dann Bildbeiträge geben von den Künstlern, die uns die Bilder zur Verfügung gestellt haben. Ja, und die ganzen interessanten Weblinks von den beteiligten Künstlern findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Schaut mal unten rein. Und mal sehen, vielleicht habe ich auch wieder das ein oder andere Outback für euch dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erst viel Spaß mit den Bildergebnissen und bis zum nächsten Mal. 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 Servus. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschau. 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 СТau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir den Klappe. Die zweite Klappe. Aufhören! Hör auf! Löff! 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 Löff!